Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der PSDBank. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Patrick Grötzky von den Rhein-Neckar-Löwen. Frisch aus der Dusche, frisch vom Training. Der Trainer Nikola Jakobsen ist ja bekannt dafür, dass er auch mal ein richtig schön hartes Training machen kann. Wie war es heute? Heute nicht ganz so schlimm. Morgen steht schon das nächste Spiel an. Daher war es eher ein taktisches Training. Da geht es nicht so hart zur Sache. Es dauert meistens auch nicht so lange. Und darum war es heute ein wenig entspannter. Du bist der Markenbotschafter der PSDBank, vor allen Dingen auch, weil du halt hier in der Region, oder du kommst aus der Region und kannst hier Spitzensport betreiben. Wie viel ist dir das persönlich wert, dass du gar nicht groß weit raus nach Deutschland musst, um zum Beispiel Deutscher Meister im Handball zu werden? Ja, sehr viel. Ich glaube, man lernt solche Sachen erst mit der Zeit so ein bisschen schätzen, wenn man auch sieht, welchen Aufwand Mitspieler betreiben müssen, um die Familie mal überhaupt zu sehen. Das kann ich theoretisch jeden Abend machen, wenn ich das möchte. Und das ist schon ein großes Ding, was ich sehr, sehr schätzen gelernt habe. Und dazu kommt ja natürlich auch noch, wie erfolgreich wir in den letzten Jahren waren und so den Teil dazu beigetragen zu haben, hier den Verein auf Kurs zu bringen, wo wir in uns alle schon seit Jahren gewünscht haben eigentlich. Und dass das so nah an zu Hause funktioniert, ist eine richtig tolle Geschichte. Das heißt, wie oft bist du dann auch noch bei deinen Eltern oder schaffst du das während der Woche gar nicht? Weil ihr seid ja auch unheimlich viel unterwegs. Ja, ehrlich gesagt, so viel ist es leider nicht. Wir sind ganz viel unterwegs. Dazu habe ich noch mein Studium, das viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Und darum wird es leider nicht ganz oft. Jetzt sprechen wir ganz kurz mal über die sportliche Entwicklung, die die Rhein-Neckar-Löwen die letzten Jahre genommen haben. Du bist von Anfang an mit dabei, bist mit Uwe Gensheimer, einer der längsten Spieler, die hier gewesen sind oder die hier sind. Wann war für dich so der Knackpunkt, wo sich das so ein bisschen geändert hat von den, ich sage jetzt mal offen, arroganten Löwen, die alles kaufen und auch eine große Backe haben, zu den Löwen, die einfach Effizienz spielen und zweimal deutscher Meister geworden sind. Ja, ich glaube, das hat ungefähr, man kann sagen 2012 eigentlich begonnen, als damals Niklas Landin, Kim Eckdahl, Alex Pedersen und Gedeon und Isa Guardiola hierher kamen, wo eigentlich so ein bisschen es dann war, ja, wir haben nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung. Aber dann wurden, glaube ich, ja, man sieht es ja dann auch, wie lange die Leute da geblieben sind, da wurden die richtigen Leute zu uns geholt. Und ich glaube, damit hat dann der Richtungswechsel irgendwie so ein bisschen angefangen. Wir sind auch nach außen hin deutlich sympathischer geworden ab dem Zeitpunkt. Und intern hat alles viel besser gepasst. Es war alles sehr, sehr viel ruhiger. Wir konnten in Ruhe arbeiten und uns in Ruhe entwickeln. Und ja, wozu das hingeführt hat, hat man dann, glaube ich, die letzten zwei Jahre gesehen. Dann gab es noch das erfolgreiche Jahr mit Gudmundo Gudmundsson, wo es wegen zwei Toren nicht geklappt hat. Welche Rolle spielt der neue Trainer Nikola Jakobsen, mit dem dann die Meisterschaften da noch gekommen sind? Ja, im Moment spielt er eine sehr, sehr große Rolle. Er gibt uns ein taktisches Konzept vor. Er hat einen sehr großen Anteil auch daran, wie wir spielen. Ich glaube, wenn man auch jetzt mal die reinen Ergebnisse davon absieht, spielen wir auch einen sehr attraktiven Handball. Und daran hat Niko sicher einen großen Anteil. Dazu hat er einfach ein sehr, sehr gutes Gespür, wie man eine Mannschaft führen muss, wie man mit einzelnen Charakteren auch umgeht, was die einzelnen Leute vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger brauchen, auch in einem persönlichen Gespräch. Und das macht er einfach sehr, sehr gut. Es gibt nicht nur eine sportliche Entwicklung, sondern auch einfach eine generelle Entwicklung um die Rhein-Neckar-Löwen herum. Die Halle wird immer voller, der Zuschauerschnitt wird jedes Jahr höher. Wie wiegt sich das auf euch Spieler aus, dass das so ist, dass mehr Leute kommen, dass auch das Interesse an eurer Mannschaft viel höher ist in den letzten Jahren? Ja, das fühlt sich erstmal sehr gut an. Ich glaube, wir haben uns das auch verdient durch gute Leistung und durch einfach ein Gefühl, glaube ich, dass wir auch nach außen hin weitergeben, dass wir uns untereinander gut verstehen. Und ich glaube, das kommt außen auch sehr, sehr gut an. Dazu, finde ich, hat sich unser Verein, zu einem ganz familiären Klub entwickelt. Und ich glaube, das wird auch nach außen projiziert und das wird so wahrgenommen und aufgenommen. Und daran liegt es, glaube ich, auch, dass deutlich mehr Zuschauer dann in die Halle kommen. Dazu kommt dann aber, du hast es gerade schon mal ganz kurz angerissen, eine extreme Belastung. Also jedem Fußballer, der euch einen vorheult oder der sagt, so viele Spiele und keinen Urlaub, den könnt ihr ja eigentlich nur auslachen, oder? Jein. Ich weiß schon, dass es beim Fußball auch eine große Belastung sein kann. Ich glaube, es ist schwierig, immer so etwas zu vergleichen. Was natürlich der große Unterschied ist, dass wir im Januar jedes Jahr eine Meisterschaft haben. Das macht einfach die Belastung immens höher. Wir haben jeden Sommer eigentlich nur drei bis vier Wochen Urlaub. Das ist, glaube ich, auch die Geschichte, was uns der Fußball deutlich voraus hat, dass alles deutlich strukturierter ist. Die internationalen Pläne stehen viel besser als bei uns beim Handball. Und diese Meisterschaften halt nur alle zwei Jahre statt jedes Jahr schafft halt ganz viel mehr Freiräume und Zeit, vor allem sich auch wieder zu regenerieren, was bei uns im Handball einfach deutlich zu kurz ist. Das muss man so sagen. Jetzt kommt es zum ersten Mal zu einer Situation, die fast nicht tragbar ist. Also, dass man innerhalb von zwei Tagen zwei Spiele macht, auch noch beide auswärts, einmal in Leipzig, einmal in Barcelona. Wie siehst du die Entwicklung, die es beim Handball gerade gibt, gerade was Spielpläne angeht, was die verschiedenen Wettbewerber angeht, die sich ja offensichtlich überhaupt nicht im Dialog befinden, was den Spielplan angeht? Also, die Situation ist ja absoluter Wahnsinn, muss man wirklich sagen. So der Höhepunkt der ganzen Diskussion in den letzten Jahren, wo eigentlich immer nur darüber diskutiert wird, dass es zu viel ist. Darüber sind sich irgendwie alle einig, aber daran geändert wird von keiner Seite was. Und dass wir das jetzt so austragen müssen, ja, ist schon irgendwie hart, irgendwie fast ein bisschen, ich finde es irgendwie ein bisschen lustig, so ein bisschen Galgenhumor muss man, glaube ich, mitbringen. Vielleicht ist es aber auch ein Wachmacher irgendwie für kommende Monate und kommende Jahre, dass man sich eben, und dass eben die Verbände, die liegen, wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Und vielleicht ist es dafür ganz gut, so etwas mal zu machen. Generell, glaube ich, versucht auch Sky jetzt seit dem Einstieg, das alles strukturierter zu machen. Wir haben feste Tage zumindest, an denen wir spielen, aber die Kommunikation zwischen den Ligen, zwischen der Bundesliga und der Champions League, die muss ganz klar besser werden, weil ich glaube, für eine Mannschaft, die nicht international vertreten ist, für die ist alles gar kein Problem. Die spielen halt maximal zweimal in der Woche und dann kann man das mal einmal so akzeptieren, aber wenn das halt jede Woche so stattfindet und dann solche Höhepunkte dann auch hat, wie eben dieses Ereignis mit zwei Auswärtsspielen in zwei Tagen oder wie wir auch schon in der Vergangenheit hatten, mit vier Spielen in einer Woche, da muss man schon irgendwann mal sagen, also Leute, so geht es nicht und so kann es nicht weitergehen. Diese vier Spieler in der Woche, die ihr aber alle sehr souverän und deutlich gewonnen habt, diese sogenannte Monsterwoche, was sagt die über die Kraft aus, die die Mannschaft in diesem Jahr hat? Also das sieht alles bei euch so flüssig aus, das sieht alles wirklich sehr souverän aus. Ja, ich frage mal so provokant, wer soll euch eigentlich schlagen in diesem Jahr? Ja, es geht ja immer darum, diese Leistungen dann wieder zu bestätigen im Laufe der Saison. Also ich glaube, letztes Jahr, kann man vielleicht als ganz gutes Beispiel nehmen, da haben wir gerade in den Monaten vor Weihnachten nicht den allerbesten Handball gespielt, haben ziemlich mit uns gehadert, ehrlich gesagt, aber haben die Spiele trotzdem gewonnen, bis auf ein Spiel in Magdeburg, wo man auch verlieren kann. Und daraus haben wir irgendwie unsere Lehren gezogen und haben dann ab dem Februar wieder zu unserer gewohnten Stärke gefunden. Und jetzt ist dieses hohe Leistungsvermögen schon sehr früh da. Darum geht es jetzt natürlich darum, das zu kompensieren und das so weiterzuführen. Und wir wissen alle auch, wie schwierig das im Laufe der Saison werden kann. Da gibt es vielleicht dann irgendwann mal einen Knackpunkt. Es kann immer mal passieren, dass es mal negativ läuft in dem Spiel. Und dann geht es einfach darum, wieder das nächste Spiel besser zu bestreiten, und immer aus den Fehlern zu lernen. Selbst wenn man auch ein Spiel gewonnen hat, gibt es immer Dinge, die man besser machen kann. Und diese Dinge zu analysieren, um eben auch im Erfolg einen Schritt nach vorne zu gehen. Ich glaube, das ist gerade in so einer Phase wichtig, dass man auch weiter kritisch bleibt. Nikola Jakobsen hat im Handball-Talk bei Sky mal gesagt, wir wollten oder wir haben uns vor Jahren vorgenommen, nicht mehr bei den Kleinen zu verlieren und diese Punkte zu verschenken. Das hat wunderbar funktioniert. Wo ist der Schalter, wo man sowas einfach abschaltet? Ist das eine Konzentrationssache, eine Mentalsache? Ja, hängt sicher vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, dass es bei uns in der Mannschaft, wenn man jetzt die einzelnen Spiele auch anschaut, hängt es alles auch mit Erfahrung aus der Vergangenheit zusammen. Wir haben alle, wie du eben angesprochen hast, schon miterlebt, wegen zwei Toren eine Meisterschaft zu verlieren, wegen ein, zwei blöden Auswärtsspielen, die man vielleicht bei vermeintlich Schwächeren verloren hat, eben dann nicht am Ende oben zu stehen. Und diese Erfahrung haben uns, glaube ich, da gestärkt und haben uns das nochmal bewusst gemacht, dass es gerade in diesen Spielen vielleicht auch als Zeichen für alle anderen Mitspieler wichtig ist, da voll da zu sein von Anfang an. Wie bewertest du die Situation in der Liga, was den Fernsehvertrag gerade angeht? Ist es auch ein Kompliment für den Handballsport, dass Sky so einsteigt, dass sie alle eure Spiele zeigen? Das ist ja für den Handball ein Novum, das gab es doch noch nicht vorher. Ja, ich finde das eine richtig tolle Geschichte. Ich glaube, das hat sich der Handball auch in den letzten Jahren verdient. Dass es dann so kommt, dass wirklich alle Spiele gezeigt werden, damit habe ich im Vorfeld ehrlich gesagt nicht unbedingt gerechnet. Wenn ich mich jetzt nicht als Handballspieler sehe, sondern als Handballfan, finde ich das erstmal einfach saugeil, dass ich mich abends am Donnerstag hinsetzen kann und kann von Spiel zu Spiel schalten, kann mir aussuchen, welches Spiel ich anschauen will und bin ja darauf angewiesen, welches Spiel jetzt nur übertragen wird. Und das finde ich eine wahnsinnig gute Geschichte. Dazu muss man ja auch noch die Qualität der Übertragung hervorheben, wenn man das mit vorher vergleicht, wo zum Spiel zugeschaltet wurde, manchmal vielleicht auch eine Minute zu spät und nach dem Spiel war man direkt wieder weg. Da muss man jetzt schon das echt loben, wie viel Mühe die sich auch geben mit Vorberichten, mit Hintergrundgeschichten und nach dem Spiel mit Analysen. Und das ist echt ein geiler Weg und es macht Spaß auch als Spieler da mitzumachen und das auch im Fernsehen dann anzuschauen und ich glaube, wir hoffen alle, dass es so weitergeht. Du bist ja auch Fußballfan. Die Konferenz im Handball läuft ja ein bisschen anders ab als beim Fußball. Es wäre wahrscheinlich auch Quatsch, bei jedem Tor hin und her zu schalten. Aber hast du schon mal gesehen, die Handballkonferenz bei Sky? Wie bewertest du das? Wie findest du das? Es ist ja mal ein ganz anderer Weg. Ich finde die Idee cool. Ich glaube auch Sky lernt ja selbst aus der Vorgehensweise. Ich glaube die Fußballkonferenz lief am Anfang auch noch nicht ganz so flüssig. Ich finde die Idee an sich cool. Die Umsetzung ist natürlich im Handball eine andere. Man kann nicht unbedingt von Tor zu Tor, von Halle zu Halle springen. Was ich gedacht, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich cool. Wenn man nicht unbedingt auf ein Spiel fixiert ist, sondern einfach sagt, ich möchte halt ein bisschen Handball schauen, dann finde ich das richtig cool. Vielleicht könnte man diese Zwischensequenzen ein bisschen mehr weglassen. Das ist das Einzige, was ich als nicht so ganz gelungen empfunden habe. Aber sonst fand ich das echt witzig.